Es geht hier nicht um eine Vertrauensfrage. Also dieses Wording ist im Prinzip falsch. Wenn die Koalition es nicht hat, wie soll es dann mit Hilfe der Opposition gehen? Also das ist sowas von abowitzig. Das heißt, die Verantwortung zu übernehmen bedeutet es gut zu machen, was man vorher falsch gemacht hat. Und in dem Sinne, wie in der Politik heute Verantwortung benutzt wird, ist es falsch, irreführend und für mich bleibst du dann immer nur in dem schwarz-weißen, entweder sie wissen nicht, wie sie die Worte richtig nutzen sollten oder sie machen bewusste Täuschung. Hallo und willkommen zu einer neuen Variante von Wolfgangs View. Über fünf Jahre habe ich einen Podcast, einen Audio-Podcast gemacht, der nannte sich Wolfgangs View. Dann habe ich jetzt in diesem Jahr mit einem YouTube-Kanal begonnen und dieses Wolfgangs View nicht mehr durchgeführt. Aber jetzt gerade, was ich so in der Welt erlebe an Turbulenzen und nicht nur ich, sondern wir alle, auch das, was jetzt gerade in Berlin passiert, veranlasst mich wieder Wolfgangs View zu starten. Aber jetzt hier mit Video. Und Wolfgangs View soll immer wieder eine Seite beleuchten, die ich zumindest von der Wahrnehmung her den Medien nicht richtig dargestellt finde oder ausgelassen. Also erst mal, ihr seht ja alle hier im Hintergrund Winning for Life. Und das ist schon eine ganz große Unterscheidung von vielen, was so in der Welt passiert. Es geht nicht alleine darum, Winning in Life zu haben irgendwo. Denn Winning in Life ist immer Win-Lose. Winning for Life ist idealerweise echtes Win-Win. Aber das bedeutet auch, dass man gewinnen möchte. Und das hat sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun. Und die Eigenverantwortung hat wieder was mit persönlichen Grundaktionen und dem Verstehen, dem bewussten Denken auch zu tun. Deshalb auch oft von mir gesagt, get real. So, und nun sprechen wir mal, was passiert da gerade oder was wird ja gesagt. Also, der Bundeskanzler diskutiert jetzt darüber, wann er die Vertrauensfrage stellt. Und ich bin ein Freund hier, über das Wording mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Es geht doch überhaupt nicht mehr darum, dass eine Vertrauensfrage gestellt wird, sondern wann er die Formalie einleitet, wann gewählt werden kann. Denn Vertrauensfrage können wir uns auch schon abhaken. Denn das Vertrauen hat er ja nicht mehr. Vielleicht noch in seiner Partei, die ihm bejubelt hat nach der Rede. Aber er wollte keine geordnete Neuwahl. Deshalb hat er General Lindner gechasst. Und dann heißt es ja immer, jetzt haben wir noch eine grün-rote Regierung. Aber was passiert? Der Herr Habeck nennt sich nun auch gleich Kanzlerkandidat. So, was bedeutet das, wenn man in der Regierung sitzt und sagt, ich bin jetzt der Kanzlerkandidat? Das bedeutet, ich mag den aktuellen Kanzler nicht. Also dem habe ich auch kein Vertrauen mehr entgegenzubringen. Ich spiele vielleicht noch mit, aber Vertrauen, dass er weiter Kanzler sein sollte, gibt es nicht. Sonst müsste ich ja gar nicht antreten. Also es geht hier nicht um eine Vertrauensfrage. Also dieses Wording ist im Prinzip falsch. Aus dem Gedanken des Grundgesetzes heraus ist es verständlich. Aber die Väter des Grundgesetzes wollten nicht so einen Eiertanz. Und das hat anders zu laufen. Aber wir sehen ja auch, dass der Bundeskanzler in einer Bubble ist und nun von allen Seiten Druck kriegt. Und ja, er soll das Volk vertreten, aber das Volk will schnellere Wahlen. Also gibt er jetzt dem Druck nach, nicht seiner Überzeugung. Aber er lebte ja schon lange in einer Bubble oder versucht, die Welt so zu sehen, wie er sie sehen möchte. Und seine engeren sogenannten Vertrauten, auch die Parteivorsitzende, war ja gerade bei Lanz letzte Woche. Und selbst Herr Lanz sagte, was machen Sie für ein permanentes Mantra? Ja, wir werden dies tun, wir werden jenes tun und die Verantwortung und die Verantwortung. Aber die Realitäten werden ignoriert. Wenn die Koalition es nicht schafft, wie soll es dann mit Hilfe der Opposition gehen? Also das ist sowas von aberwitzig. Aber zu diesem Mantra, ich muss jetzt bleiben wegen Verantwortung. Da möchte ich etwas zur Verantwortung sagen. Und zwar schon vor vielen, vielen Jahren. Es ging damals um Herrn Gutenberg. Manche erinnern sich, seine Doktorarbeit, dann hatte er etwas gesagt, dass es doch alles korrekt sei. Aber dann kommt raus, es war doch nicht ganz korrekt. Und er trat dann zurück. Und als er zurücktrat, gab es damals auch sehr intensiv das Wort Verantwortung. Und Verantwortung, auch hier immer wieder, ich würde mal verstehen, was bedeutet Verantwortung? Verantwortung hat zwei Aspekte. Erstens kann man Wikipedia, Duden, Wörterbücher nachlesen. Der erste Punkt ist, die Verantwortung zu nehmen, dass alles optimal und gut und richtig läuft, damit kein Schaden entsteht. So, da kann man schon sehr, sehr fragen, wenn man eben dabei bleibt, bei dem, was man gesagt hat, ob man nun dann damals gelogen hat oder heute sagt, ich muss hier noch meinen Posten länger aufrechterhalten, ob das wirklich bedeutet, Schaden vom Volk abzuwenden. Da kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein, denke ich. Aber Verantwortung heißt auch, und das ist eben die zweite Bedeutung, die auch immer wieder im Duden steht, aber nicht so gerne in der Öffentlichkeit genutzt wird. Und leider viel zu wenig Menschen die Bedeutung von Wörtern drauf haben. Verantwortung bedeutet, ich habe einen Schaden verantwortet und bin verantwortlich, ihn zu ersetzen. Ich muss es wieder gut machen. Das heißt, die Verantwortung zu übernehmen bedeutet, es gut zu machen, was man vorher falsch gemacht hat. Und in dem Sinne, wie in der Politik heute Verantwortung benutzt wird, ist es falsch, irreführend. Und für mich bleibt es ja dann immer nur in dem schwarz-weißen, entweder sie wissen nicht, wie sie die Worte richtig nutzen sollten oder sie machen bewusste Täuschung. Kommen wir zurück auf Gutenberg. Ich habe zu der Zeit auch mit Willi Wende intensiver zusammengearbeitet und er hatte mal etwas ausgearbeitet zum Prinzip der individuellen Verantwortung. Und eben dann, ich habe hier noch die Papiere gesagt, Verantwortung ist eine lose Worthülse. Kaum eine Nachrichtensendung oder medienträchtiger Auftritt von vermeintlich wichtigen oder einflussreichen Persönlichkeiten, zum Beispiel Bundeskanzler oder andere, irgendwo das Wort Verantwortung meist in missbräuchlicher Weise verwendet wird. Im Herkunftswörterbuch des Studen lesen wir dazu, Verantwortung, die Verpflichtung für etwas einzutreten oder die Folgen zu tragen. Das bedeutet also, sich zu verantworten, vor Gericht zu verantworten, für etwas einzustehen, etwas vertreten oder auch sich zu rechtfertigen. Was aber leben wir aber in den Medien? Zum Beispiel die Palästinenser Organisation Mamas hat die Verantwortung für das Attentat übernommen. Und das tut sie nicht. Sie übernimmt nicht die Verantwortung, den Schaden wieder gut zu machen. Das wäre ja aberwitzig, ganz im Gegenteil. Sie wollen gar nicht die Verantwortung in dem Sinne übernehmen. Allenfalls könnte man sagen, sie wollen etwas gut und richtig machen, zwar das Attentat gut und richtig machen. Also es geht hier überhaupt nicht, die Schäden, sowohl die Sachschäden als auch die emotionalen Schäden, die Witwen, Waisenrenten etc. Krankenhauskosten zu tragen. Überhaupt nicht. Und deshalb wäre es eigentlich richtig, dass sie sich dazu bekennt und nur sagt, ja, wir haben es durchgeführt. Ganz klar sagen, das habe ich gemacht. Aber nicht, ich bin verantwortlich. Nun sagt das ja weniger die Hamas, sondern das sagen unsere Medienvertreter, die haben sich verantwortlich gezeigt. Wir verdummen das Volk, beziehungsweise vielleicht haben wir eben auch dumme Journalisten, die das eben nicht anders wissen. Und das haben wir leider an vielen, vielen Sternen. Und jetzt komme ich dann eben wieder zu Herrn Gutenberg, der in seiner Rücktrittsrede Folgendes gesagt hat. Der Grund liegt in der besonderen Frage, ob ich den höchsten Ansprüchen, die ich selbst an meine Verantwortung anlege, noch nachkommen kann. Ich trage bis zur Stunde Verantwortung in einem fordernden Amt. Verantwortung, die hohe Konzentration und fehlerfreie Arbeit verlangt. Wenn es auf dem Rücken der Soldaten nun noch um meine Person gehen soll, kann ich das nicht mehr verantworten. Ein Amt, das Verantwortung für viele Menschen und deren Leben beinhaltet. Es war auch ein Gebot der Verantwortung gegenüber allen Soldaten. Es ist mir aber nicht mehr möglich, den in mich gesetzten Erwartungen mit dem mir notwendigen Maß an Unabhängigkeit in der Verantwortung gerecht zu werden. Also ganze sieben Mal geschafft, innerhalb von wenigen Minuten in der Rücktrittsrede das Wort Verantwortung zu missbrauchen beziehungsweise falsch zu verwenden. Was ist jetzt der Unterschied? Was hätte er sagen können? Und die Wende war damals, als er noch aktiv in diesem Bereich war, Unternehmensberatung, Unternehmerberatung. Unternehmerberatung, da war es eben auch ganz wichtig, erfolgreiche Unternehmen machen eben nichts missverständlich, sondern sind sehr, sehr, sehr klar in dem, um was es geht. Hat es jetzt mal so übersetzt, worum es geht? Es geht nicht um die Verantwortung, sondern es geht um die Aufgabe. Welche Aufgabe? Was ist mir aufgegeben, wirklich zu tun? Und deshalb hier eine abgewandelte Fassung von Willi Wende. Wie es wohl hätte richtiger ausgedrückt werden sollen, wenn man bei dem gleichen Anführungsstrichen Wortlaut bleibt. Der Grund liegt in der besonderen Frage, ob ich den höchsten Ansprüchen, die ich selbst an mein Amt anlege, noch nachkommen kann. Ich bin bis zur Stunde in einem fordernden Amt, welches eine hohe Konzentration und fehlerfreie Arbeit verlangt. Wenn es auf dem Rücken der Soldaten nur noch um meine Person gehen soll, kann ich dafür nicht mehr gerade stehen. Ein Amt, das Folgen für viele Menschen und deren Leben beinhaltet, die diese dann selber tragen müssen, es war auch ein Gebot des Amtes als Minister gegenüber allen Soldaten. Es ist mir aber nicht mehr möglich, den in mich gesetzten Erwartungen, in dem mir notwendigermaßen an Unabhängigkeit im Amt, gerecht zu werden. Also ich kann meine Arbeit nicht mehr richtig machen. Darum geht es. Und wenn wir jetzt mal dazu hören, was sagt der Bundeskanzler im Prinzip? Er sagt ja, ich kann meine Arbeit nicht mehr richtig machen. Und wenn ich meine Arbeit nicht mehr richtig machen kann, als Führer eines Landes, egal ob es nun sein Verhalten ist oder wie auch immer es geht, welchen Gründen auch immer es geht, ist es ein wirklich Gebot der Stunde schnellstmöglich dafür zu sorgen, dass in einer Regierung wieder ordentlich gearbeitet werden kann. Und das verzögert er und das verzögert er mit dem Missbrauch des Wortes Verantwortung. Und dann diesen Kinderkram einem Herrn Lindner dann so nachzutreten, was immer zwischen dem Bein gelaufen ist. Aber ein guter Führer macht so etwas nicht. Abgesehen davon, wenn Herr Lindner auch noch artikuliert hat, ich möchte einen geordneten Übergang, ich möchte das wie eine Regierung hinkriegen, nach einer Neuwahl das wieder ordentlich gearbeitet werden kann und der Bundeskanzler das dann noch torpediert, wow, dann keine Verantwortung und auch schlechte Arbeit. Es geht nicht um Meinung, mir geht es jetzt hier einfach nur mal, wie ist das Wording. Und Willi Wendel hat eben sehr schön da so eine Tabelle gemacht. Was ist die Rolle des Bundeskanzlers? Verantwortung? Nein, in dem Sinne nicht. Ja, die Verantwortung für die Richtlinien der Politik, dann ist es keine Verantwortung. Er hat eine hundertprozentige Aufgabe. Ja, und er kann eben einen Teil der Entscheidung eben nicht alleine treffen. Ein Unternehmer für 99 Mitarbeiter hat ja für die Mitarbeiter die Verantwortung. Nein, er hat sie nicht für die Mitarbeiter. Er hat seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen funktioniert, dass genügend Cashflow da ist, die Mitarbeiter zu bezahlen. Aber jeder Mitarbeiter hat eine andere Aufgabe. Und dann so ein Beispiel, wer hat eigentlich wirklich, wirklich Verantwortung? Und er nannte dann den Solo-Bergsteiger. Also wer wirklich in ein Risiko reingeht, als Bergsteiger verunglückt, Schaden hat, der hat nicht nur die hundertprozentige Aufgabe, das gut zu machen, sondern er hat auch die volle Verantwortung. Denn er alleine trägt die Folgen. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied jetzt hier auch in der Wirtschaft, dass eben viele selbstständige Unternehmer in dem Sinne die Verantwortung tragen, oder was der Herr Krupp in Deutschland immer sagt, die Verantwortung will ich auch übernehmen. Ich will für die Folgen einstehen. Das ist ein ganz anderer Gedankengang des Unternehmertums. Aber eine Regierung, die Verantwortung nicht versteht, missbräuchlich ist, dann kann das gar nicht zusammenpassen. Und deshalb geschieht eben auch vieles bürokratisches, Regeln, dass diejenigen, die bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen, das gar nicht mehr richtig machen können und dürfen. Und an dieser Stelle eben auch immer wieder auf die falsche Fragestellung gibt es keine richtige Antwort. Auf den Missbrauch des Wortes kann es dann nicht die richtige Lösung geben. Also, was ist die Lösung? Die Lösung ist, wann immer wir geneigt sind, aus reiner Gewohnheit das Wort Verantwortung zu benutzen, ist es dann in den meisten Fällen an dessen Stelle das Wort Aufgabe zu benutzen. Als Unternehmer ist es meine Aufgabe, Profit zu machen, um die Mitarbeiter zu besagen. Als Mutter ist es meine Aufgabe, die Kinder richtig zu ernähren, etc. Als Vater ist es meine Aufgabe, genügend Futter, Geld nach Hause zu bringen, usw. Und als Bundeskanzler ist es meine Aufgabe, das Land mit den richtigen Personen zu besetzen, die Mehrheiten zu haben und das Land in eine prosperierende Zukunft zu führen. Und da kann man natürlich unterschiedlicher Auffassung sein, wie es geht. Aber mit Verantwortung hat das, was da jetzt gerade schläuft, überhaupt nichts zu tun. Und deshalb auch mit diesem Thema jetzt in der Bundesrepublik oder in den Nachrichten. Wer hat jetzt die Schuld am Bruch der Ampel? Das Wort Schuld. Was ist denn Schuld? Eine Schuld ist etwas, was dann wieder ausgeglichen werden muss. Du schuldest mir Geld, also gib es mir bitte zurück. Ja, es gibt den Schuldner und den Gläuwiger. So, hat hier jemand Schuld? Nein, es geht überhaupt nicht um eine Schuldfrage, sondern allenfalls, wer ist der Hauptverursacher? Also was ist Ursache und was ist Schuld? Und immer, wenn wir eben solches Wording reinbringen mit Schuld, dann haben die Zuhörer, die Menschen schnell eben, irgendwelche Schubladen im Hirn auf oder Emotionen sind ja damit verknüpft, eine ganz andere Emotionalität. Also was war die eigentliche Ursache? Oder wer hat Schuld? Beides ist sowieso auch dann auf die Vergangenheit bezogen, aber es bedeutet dann natürlich auch, wenn ich jemanden zum Schuldigen mache, dass ich damit auch für die Gegenwart und Zukunft eben schon etwas mache, was ja nicht fair ist, weil es wieder falsch und missbräuchlich ist. Aber letztlich sind immer wir Bürger dafür verantwortlich, ob wir mitdenken und auffordern, klarer zu sprechen. Deshalb gibt es auch immer wieder die Frage, darf man dem Volk die Wahrheit sagen? Also, hallo, wer ist der Souverän? Wie kommt eine Regierung auf die Idee, man darf denen, denen ich gegenüber verantwortlich bin, die ich vertreten soll, nicht die Wahrheit sagen? Das sind doch nur die Angsthabenden. Die sagen ja, wenn ich die Wahrheit sage, werde ich nicht gewählt. Es geht also gar nicht um die Wahrheit dem Souveränen, dem Bürger, dem Wähler gegenüber, sondern es geht nur um die eigene Angst, werde ich wiedergewählt. Das ist nicht das Motiv. Im Grundgesetz steht, die Parteien sollen bei der Willensbildung mitwirken, aber nicht sie dominieren und manipulieren diese politische Meinung. Aber das findet statt. Nun, aber wie gesagt, da gehört Nummer zwei zu, der Bürger dürfte auch anfangen zu denken. Aber im Englischen sagt man so, common sense is not that common. Der gesunde Menschenverstand ist oft weg. Und sehr früh schon gab es so Themen, wo ich in Workshops darüber gesprochen habe. Da lebte ich noch in Gibraltar, wenn ich in Deutschland auftrat und einen Workshop machte. Das war gerade so die Zeit der Gesundheitsreform. Ich bin ja noch ein bisschen raus, ich spreche fast nur noch im englischen Bereich. Könnt ihr mir mal erklären, wie man Gesundheit reformiert? Das ist verlogen. Es gab keine Gesundheitsreform. Eine Gesundheitsreform war, wir würden dazulernen, die Gesundheit in eine bessere Form zu bringen. Aber darum ging es nicht. Es ging um ein Geldverteilungssystem. Und jetzt haben wir wieder die Pflegereform oder was auch immer. Bock, genauso wie Sondervermögen sind eigentlich nur Schulden. Überall wird so gespielt und manipuliert. Und unsere Aufgabe als Bürger, und ich meine das nicht jetzt nur alleine wegen der Politik, wegen eines guten Lebens, wegen Zukunftskonstruktivität, den Kindern etwas richtig mit auf den Weg zu gehen, den nächsten Generationen den Weg zu sein, aus diesen Irrtümern und Missbräuchen rauszukommen. Und dazu werde ich gerne jetzt eben öfters mal, wenn sowas ist, wieder Wolfgangsview machen. Und zum Abschluss des heutigen noch mein Standardthema, um es bewusst zu machen. Viele Menschen kennen das Wort Problem. Und nahezu 100% der Menschen, die, ich habe ein Problem, oder mit Problemen konfrontiert werden, haben eine negative, ängstliche, stressige Emotion da drauf. Und ich nehme dieses Wort Problem gerne, um bewusst zu machen, dass wir aufgehört haben zu denken und uns nur von Emotionen triggern lassen. Aber wir sind nicht unsere Emotionen und die Emotionen sind einfach nur connected und die Emotionen bedeuten nicht die wirkliche Wahrheit. Sie sind für das Individuum wahr und real, weil sie es gerade fühlen. Aber, wie bei Problemen, wenn ich etwas Negatives fühle, trickse ich mich wieder aus. Denn, alle kennen Pro und Contra. Was ist Pro? Pro ist das Positive. Problem kommt aus dem alten Griechischen, ist eine Aufgabe zur Lösung vorgelegt. Im Amerikanischen sagt man im Personal Development immer, the problem is not in the way, it's on the way. Damit wir daran wachsen oder diese Aufgaben lösen. Es ist aber nichts Negatives, sondern eine positive Chance. Aber, Peter Spiegel sagt dann immer so schön, da packen die auf Problem die Energie, die Emotionen von Kontrablemen drauf. Wie klug ist das denn? Und deshalb, ich bemühe mich eben in dieser Hinten, eine Bewusstheit, das wahrzunehmen. Denn wenn wir nicht denken, nehmen wir das gar nicht wahr, weil wir dann einfach unseren Emotionen glauben. Und das ist eben das ganz Wichtige auch. Insofern können wir doch die Schleife dann zur Politik wieder machen. Ein Bundeskanzler, der so seine Emotionen nicht im Griff hat und so wini-weini ist und so trotzig ist oder so verletzt ist, der muss da weg. Und das hat nichts mit Politik für mich zu tun, sondern er ist in einer emotionalen Reaktion und sieht die Welt nicht real. Deshalb war man überrascht, dass Putin die Ukraine angegriffen hat. Wie kann man da überrascht sein? Ja, wenn man in einer Blase liegt. Aber in der Blase leben wir eben immer wieder, wenn wir nicht das reale Wording haben, aber nicht genau klar kommunizieren können. Und ich werde das öfteren Elon Musk zitieren, nicht wegen seiner sonstigen Qualitäten, aber wie er den Gummi auf die Straße bringt mit einem ganz einfachen Satz immer wieder mit seinem Team. Ist das deine Meinung oder ist das ein physikalisches Gesetz? Ist das deine Meinung oder kriegen wir so die Wirtschaft wirklich nach vorne? Und das Mantra, Mantra, was Markus Lanz da sagte, ist eben einfach nur Plattitüden, Plattitüden, Plattitüden und kein konkreter Schritt. Und insofern musste Herr Lindner auch gehen, nicht nur, weil er unterschiedliche Auffassungen hatte, sondern weil er wirklich die Blase eben angepiekt hat. Und deshalb konnte man sich gar nicht mehr auch konstruktiv über die Themen auseinanderhalten. Oder vielleicht noch dann diese Schuldenbremse, dieses elendige Spiel, ach, er wollte das wegnehmen, um das wegzunehmen. Es geht doch hier gar nicht richtig um eine Schuldenbremse. Es gibt doch eine Schuldenlimitierung oder Schuldenbremse, ist ja ein sehr gutes Wort in dem Sinne. Aber zu behaupten, die Schuldenbremse sei eine Investitionsbremse, ist völlig daneben. Es geht hier nicht um eine Investitionsbremse, sondern es geht darum, wie macht man sinnvoll eben Investitionen. Was bewirkt wirklich eine Veränderung in dem Stand? Das Volk der Dichter und Denker, das keine Rohstoffe hat, hat eigentlich nur einen Rohstoff und der ist hier oben. Und was muss man dafür machen? Und dazu zum Beispiel Klarheit im Wording. Denken lernen. Und Denken ist nicht Mind Activity, die da oben immer langläuft, ist nicht eine emotionale Eruption, sondern ist eben bewusstes Denken, bewusst das Denken, was man denken will. Ganz konstruktiv die Zukunft, die Welt in den Griff zu kriegen. Und in der christlichen Welt hieß es, macht euch die Materie untertan. Nicht beutet die Welt aus, lernt wirklich ganz real mit all diesen wunderbaren Ressourcen, die die Welt uns gibt, umzugehen. und ihr könnt dann ein Paradies auf Erden schaffen. Aber dafür müssen wir oben im Oberstübchen noch etwas ändern, wir müssen auch im System etwas ändern und vielen Menschen helfen, in ihre Kraft zu gehen, dass sie ihr volles Potenzial leben können. Und dann gibt es Winning for life. Das war heute Wolfgangs View und wenn es gefallen hat, gerne weiter teilen und darauf achten, im YouTube-Kanal kommt gelegentlich wieder ein Video mit Wolfgangs View. und auch ein Video Willi 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 Vielen Dank.